Herzlich Willkommen zu einem neuen Video Leute. Heute möchte ich euch eine Szene zeigen, wie ihr das Outfit vom Knecht Ruprecht bekommt. Und zwar ist es absolut einfach. Ihr müsst eigentlich nicht viel dafür tun. Ihr müsst in einer x-beliebigen Lobby sein. Das heißt entweder privat, mit Einladung, mit Freunden, öffentlich. Das ist absolut egal. Ihr müsst nur mindestens zwei Leute sein und mindestens 45 Minuten in der Lobby gewesen sein. Dann müsst ihr einfach Bargeld dabei haben. Ihr müsst nicht in einem Fahrzeug sein, sondern entweder rumlaufen, rumstehen. Wie es bei mir so war, da bin ich einfach nach einer Mission rumgestanden und dann hat er mich angegriffen. Und dann bekommt er auch auf jeden Fall das Outfit. Und mit zwei Leuten in einem Lobby ist die Wahrscheinlichkeit bei 50-50. Eigentlich sehr einfach.